Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Ich bin Sapphire in R.P. Ja, ähm, na, weiterspielen schon mal. Äh, ist schon ein paar Tage wieder her, dass ich aufgenommen habe. Äh, das letzte Mal habe ich, glaube ich, vorgestern gezockt. So, aber privat. Ähm, ja, Darkest Dungeon. Ich, Alter, ich war immer noch nicht campen. Also auch im privaten Spiel. Ich habe, glaube ich, jetzt 30, 20 Wochen oder was? Keine Ahnung. Könnte ja mal zurückspulen und dann Pause bringen. Ähm, was gibt es denn hier so? Ja, das Problem ist, von den Mongos brauche ich jetzt im Moment keinen. Egal, wir halten die das aus. Der hat schon 50%. Wir müssen das aushalten. Ja, muss, äh, wir sind noch in der Anfangsdingens, ne? Ich verstehe noch nicht, ähm, was dieses 1 bedeutet. Vielleicht, dass wir das einmal gecleared haben bis jetzt. So, hier haben wir, hier steht Short. Apprentice Level 1. Die sind alle Apprentice Level 1. Äh, Explorer 90% of Rooms. Also, wenn wir fast komplett durch sind. Komplett 100% of Room Battles. Das ist Medium, mit einmal campen. Will camp once during this quest. Steady Bracer plus 10 Accuracy Range Skills minus 3% Crit Range Skills. Äh, Minus Crit. Crit finde ich kacke. Äh, dass die Crit wegnehmen finde ich schon mal scheiße. Plus 15 Accuracy if in Rank 1. Okay, das ist gut für den Dingens. Minus 10 Damage, Alter. Wer zieht sich denn so einen Scheiß an? Ähm, wir machen, wir machen mal dieses Medium. Ich hab's noch keinmal gemacht. Aber, boah, Alter, die sind... Wenn die jetzt fresh wären, würde ich sagen. Egal, komm, Alter, das packen wir, oder? Ich hoffe es, ne? Gestern mal wieder ein bisschen was aufgenommen. So, Usual Suspects. Ähm, Moment. Was haben wir denn hier? Minus 5 Max AP plus 10% Disease. Resist. Dann Skill Chance. Light Skill Chance. Dafür hat er Minus 10% Move Resist. Grave Robber, genau. Den haben wir ja gar nicht. Den hab ich auch selber noch nie gesehen, deswegen. Um, Firewood and Camping. This quest involves Camping, and Camping requires Firewood. Firewood is given automatically to you on appropriate quests. Camping gives Heroes a chance to recuperate while in the dungeon. When you are wounded or stressed and wish to camp, right-click on the Firewood in your inventory. Okay. Man sollte campen. Man muss nicht. Zumindest hab ich das jetzt so verstanden. Also. Das ist ein großer Dungeon, ne? Äh, 24 raus. Wenn ich keine Ahnung hab. Ich mach mal 16 raus. Also, den Rest sollte man eigentlich finden, vielleicht. So. Ja, komm, nochmal 3 raus. Ich weiß nicht. Schlüssel hab ich noch nie gebraucht. Aber kann ja sein. Ich war noch nie in so einem Dungeon. Also in so einem Medium Dungeon. Deswegen. Kein Plan. Holy Water can help restore them to their rightful condition. Okay. Der lädt auch ein bisschen länger jetzt. Oh, so groß ist der Dungeon gar nicht. Du öffnest Dinger. Äh, der Sack ist empty. Äh, der war schon masturbieren. Komm, find was. Bitte. Oh, man. So darf noch ein Wetter. Okay. Immerhin hat er kein Minus Dinger's gekriegt. Achso. Fuck. Ich muss ja noch mehr bossen. Ähm. Wie weiß ich das jetzt so. Ich muss so oder so komplett zurück. Also von daher. Ich glaub, das war ne dumme Idee. Jetzt muss ich nämlich zweimal komplett zurück. Oh, man. Bitte nichts Negatives. No. Dispomania. Intense craving for Alkohol. Okay, ja, das ist nicht schlimm. Soll die halt saufen. Warum hab ich denn die Trap nicht gesehen? Was ist denn das für ein Scheiß? What? Der Hammer, geil, Alter. Okay. Den hier muss ich loswerden. Ja, und der dodged natürlich. Was für ne Frage. Erstmal vergiften. Och. Och, nee. Kein Pull Resist. Och, fick dich, Alter. Das ist doch jetzt wieder bitter. Egal, ich glaub, der kann auch von der Reihe umgreifen. Hör auf mich zu schlagen. Soldat. Oh, neuner Crit, Alter. Ist nicht schlecht. Den Highlight-Taken für mich ein bisschen doof. Oh, einen schon mal platt. Give them no quarter. Bitte. Switch mal. Den. Switch mal mit der. Drecks Pull, Alter. Stress. Ja, und auch noch Crit. Hm, 25. Was los mit dir? So, der ist. Ja, der ist Game Over. Alter, ist das Assi, ey. Die sind auch beide platt. Schön. Ich muss nach dem ganz hinten weg. Vögeln. Oh, fuck, ey. Guck mal, einer auf dem Meter, Peter. Ach, schön. Und der ist nochmal dran. Ja, klar. Oh, mein Abgang da. Alter, der hat jetzt schon 72. Das ist ja mal richtig asozial. Die sind jetzt schon hart gewounded. Ah, da ist das Assi, ey. Ähm. Ähm. Okay. Donner, Gold nehmen wir mit. Oh, ich hab gerade einen Tinnitus. So hier, so Piepen auf dem Ohr. Hey, wieder 100. Das Lämpchen geht weg. Das Lämpchen. Mal gucken, was ist alles. Ja, guten Appetit. Was ist das? Das sieht sehr negativ aus. Du mach das mal. Okay, touching das Neu-Effekt. Oh, sorry. Eigentlich müsste ich die heilen irgendwie, aber... Okay, hier ist nichts. Jetzt, wir können erstmal wieder zurück. Boah, Alter, der ist schon auf über 70, ey. Das ist hart, Assi, ey. Hier, glaube ich, komplett runter. Dann nach links und dann hoch. Das wäre eine Idee. Wir brauchen, ganz wichtig, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass ich jetzt auf dem Nachhauseweg, also wenn wir wieder zurück sind, dass ich einen Tank anheuern kann und einen Dingens, einen Heiler. Einen Heiler und einen Tank, weil die sind wichtig. Du machst den auch. Und, das ist drin. 100 Gold nehmen wir auch. Alter, warum sehe ich denn die Fallen nicht? Boah, die sind... Boah, Alter, der kriegt so viel Schaden davon. Alter, das ist so lächerlich. Bevor die hier alle draufgehen. Na, ich gebe den Deutschstuhl ab. Ich muss erst den. Wichtig ist, dass der Tank überlebt, erstmal. Zwei Schaden ist ja mal nix, ist das mal. Alle kriegen ein bisschen Damage. Ah, gib den Mist, du Lappen. Gekillt. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Nochmal Bleib. Perfekt. Und der macht einen Sniping-Shotter. Ah, GG. Super. Ich war mal ein Kampf, Alter, der sich gelohnt hat. 250 Gold. Ja, kann man durchgehen. So. Fangen wir mal. Boah, ein 8er Heal ist... Boah, nice. Boah, weiß. Nee, Fickler erstmal. Okay, der hat Light Resist. Allein reingedrückt. Da krieg ich jetzt wahrscheinlich Light, das war klar. Der ist gemarkt. Ey, die hauen auch ein Damage raus, ne? Das ist ja... What? Wie geht das? Ja, und die Deutschen, natürlich. Der Damage macht der 6. Das überlebt der nicht. Alter, Vater, ja. Jetzt brauche ich nochmal ein 8er Crit Heal, ey. Ey, muss gleich Shooter einsetzen, um ihn zu heilen. Erstmal die Länge sammeln. So, ich muss Food einsetzen. So, mit dem hier. Geht nicht anders an. Nein, du machst das. Ah. Warum kann da kein Food drin sein? Okay, da wartet ein Kampf wieder auf uns. Das Problem ist, ich werde... Wenn ich den Raum überlebe... Nein, nein, nein. Schön. Jetzt gehe ich da noch ein Hit. Ich habe den 4er rein. Ein Niete Healer, ja. Den brauchen wir alle, Alter. Ja. Schön. Er geht auf den Heiler. Oh. Nice. Pfff. Ich muss mal Ballwerk einsetzen. Oh man. Oh man. Ja, geht alle auf den Healer, Alter. Kein Ding. Geht alle auf den Healer. Fick der Scheiße, ey. Was soll ich den Healer heilen, ey? Ja, ich möchte den Healer heil. Nee, ich muss den Healer sein. Ja, ich muss den Healer, ich muss die Healer reizen. Ja, ich muss das sustainability haben. Vielen Dank.